Wie viel nach Los Angeles? Einfach nur dahin und zurück. Ist jetzt ein Witz, oder? Mädels, hopp, hopp, auf die Bühne. Los, los, los! Sind Sie Test? Und du bist in meinem Spiegel, weil... Ich sowas noch nie gesehen habe. Schöne Begeisterung, schlechtes Timing. Ist das nicht die Kleine, die gestern Backstage war? Ich will da rauf. Ich will genau das machen. Die Frage ist, hast du auch das Talent? Zeig's uns. Was macht die denn da oben? Ich glaube, sie tanzt uns vor. Hey, Dave, aus! Eine Sekunde, sagen Sie mir, wonach Sie suchen. Ich suche jemanden, der die Nummer drauf hat. Vorhang runter. Mach schon, los! Nein, warte. Vorhang auf. Du hast mir nie gesagt, dass du so singen kannst. Ja! Ich würde mich nicht so freuen. Sie ist eine Nachfolgerin. Hier, zieh das an. Du hast es Ihnen gezeigt. Danke, Jack. Du magst sie. Macht Spaß, ein Mädchen zu sein, oder? Und denk dran, nicht... ...abdrücken. Du hast es Ihnen gehört. Nein, 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 nein! Danke, Jack. Untertitelung des ZDF, 2020